Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Zwergstern zerstören. Klaris, es gibt ein Problem. Der Tariot ist gut, aber welchen Stern zerstören? Ratchet, du musst ihn aufhalten. Wenn der Stern explodiert, geht auch Unbriss unter. Und dann wir. Du kriegst mich nicht. Du hättest Drax Gesicht sehen sollen. Ich habe den Dummkopf von A bis Z manipuliert und dann in ein Schaf verwandelt. Gib auf, Lombard. Du gewinnst eh nicht. Lauf mir nicht nach. Warum stirbst du nicht einfach? Wozu die Eile? Ich dachte, du wolltest ein Held sein. Ich kann euch ins Jenseits befördern und es bleibt immer noch genug Zeit zum Evakuieren der Station. Ich habe einen Logenplatz für die Zerstörung. Wunderschön, Bass. Künstliche Superlogen. Sie kam mir. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Geht auf! Geht auf! Geht auf! Fah! Alles Freud. Geht auf! Haha! Geil so! Weiter geht's! So! Das ist ja nicht der Tag! Ich muss mich reichen! Du, bloß bist der Zukunft, ist dein Schmalz, Schmalz, Schmalz! Da helft ich! Das braucht doch nichts! müh! Geil so! He нужен! Das war's für heute.